Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Skorpion Plays. Dabei ist heute der Monte. Moin moin. Gerade ist das gleiche bei mir passiert, was bei Monte vor ein paar Tagen passiert ist. Und zwar habe ich außerdem die Aufnahme verloren. Wahrscheinlich verloren, ist ja einfach aus der Tasche gefallen. Jo, ist mir einfach runtergefallen. Meine Runde war sogar gut, Alter. Na egal, kann man nichts machen. Ich packe jetzt extra höhere Streaks ein, um es wieder gut zu machen. Also ich spiele aber trotzdem hier die Drohne. Drohne finde ich echt gut. So, Firing Range ist angesagt. Eigentlich eine coole Map, aber da muss man echt aufpassen, dass man nicht die ganze Zeit irgendwie eklig stirbt. So, natürlich faire Teamverteilung. Mhm, finde ich auch, ja. Also dass der Level 18er jetzt bei uns ist, finde ich perfekt, Digga. Ich auch, Digga, super. Man muss aus der Perspektive sehen, er macht nicht so viele Kills. Es bleibt mehr für uns übrig. Ja, aber wir können natürlich auch 10 Hunde kassieren wegen ihm. Ja, dann quitten wir und es wird nicht hochgeladen. Hast recht, Digga, Win-Win-Situation. Ja, siehst du. Also im Grunde kann hier nichts verkehrt laufen. Also Leute, wenn ihr dieses Video seht, dann ist die Runde gut gelaufen. So, ich bin Host. Das müsste mir echt einen psychologischen Vorteil geben, aber immer wenn ich Host bin, dann habe ich irgendwie keine Con in Black Ops 1. Komm, let's go, Digga. Ich spiele die Spectre jetzt mit Schalldämpfer. So. Ich muss aber meine Sensi ein bisschen hochstellen. Ja, so geht's. Digga, jetzt kommt es mir viel zu hoch vor, Mann. Das geht. Ich komme mit dir. So, let's go. Boah, schön. Oben ist auf jeden Fall auch einer, ja. Ich versuche die mal zu holen. Angehittet, angehittet, übelst weak. Ich habe den anderen, perfekt. Ich glaube, da ist noch einer. Ja, ich kenne... Doch, oben in der Ecke. Hey, du, du kleiner Scheißdreck-Busch-Busch-Busch-Busch. Also ich versuche die oben mal zu holen, irgendwie. Der ist da, angehittet jetzt. Nein, Digga, das ist das, der Claymore. Ich habe ihn noch geholt, Digga. Boah, die sind so eklig. Ich habe den Bravo am Arsch, Alter, hier. Nee, jetzt. Was? Komm, Marcel, wir... Ja, legendär, Marcel, legendär. Ich wusste, dass hier noch eine andere ist. Oh Gott, die sind alle hier bei B. Oh Gott. Digga, die Spectre bockt ja unnormal, Digga. Oh mein Gott, die Waffe ist ja überheftig. Hey, ich kann mir wieder nicht klären. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, Digga, ich bin hier so in intensiven Szenen. Du glaubst mir das nicht. Ich auch. Ich merke schon wieder, ich sage wieder gar nichts. Oh mein Gott, Monte. Du glaubst nicht, was ich hier erlebe, Digga. Oh mein Gott. Wie kann ich mal reden, Digga. Vor allem, ich spiele mit der... Hast du schon mal jemanden gesehen, der mit der geschalldämpften Spectre rumläuft? Nee, auch nicht. I'm... That's my... Digga, was sind das für Spawns? Ich... Viel fehlt mir nicht mehr zu Streaks. Ich habe noch nie gesehen, wie jemand so schluckt in meinem ganzen Leben. Oh mein Gott. Der ist natürlich weg. Digga, wo sind die alle hier auch? Marcel, sag mir Bescheid. Ich versuche auch, die Streaks zu bekommen. Ich habe hier. Nice. Ich habe auch S71. Sehr schön, ich habe Jui. Ja, ich spiele nicht auf Jui halt. Ich habe nur Hunde dann. Versuche hier zu... Belastend. Ich brauche noch ein Ketter, dann habe ich Hunde. Wie der geschluckt hat. Oh mein Gott, ich habe sowas noch nie gesehen. Hunde. Und dann macht mir das Gameplay kaputt. Nein, Spaß. Ich hau mal den Jui raus. Oder meinst du dir beides gleichzeitig? Was hörst du jetzt mal? Beides gleichzeitig? Ja, hau raus. So, ich hau raus Digga. Ja man, so lobt man sich das auch. So. Dauert gefühlt über eine halbe Ewigkeit, bis er endlich mal die Luke vom Jui aufgemacht hat. Oh, ich habe ihn... Oh, ich habe auch so den 11er Heli eingepackt, dich voll spaßt. Hast du den? Na egal, ich habe ihn trotzdem erreicht. Sehr schön, da kannst du dich ja gleich einsetzen. Ja, ich kann jetzt leider noch keinen Blackbird einsetzen. Weil, das ist ja so gemacht, dass man das hier nicht so machen kann. Das wird schon gegeiert, Digga. Ja super, das ist ja toll, dass ich jetzt gar ein Chip dabei habe. Dann werde ich ja richtig lange was davon haben. Wer geiert denn da? Ey, er hat den... Mann ey, Raffi. Und wie viel steht er? 1 zu 8. Du Scheiße. Er ist sogar gequittet danach. Er ist hafft? Ey, so ein Trecherforz. Ich weiß nicht, wie man den Scheiß-Hubschrauber steuert, Monte. Ich finde den auch... Also, gewöhnt. Ich habe ihn aus Versehen eingepackt halt. Wir spielen heute nicht aus dem Hohen Streak. Ist ja morgen 11er Heli. Der Typ, der mich geil will, habe ich jetzt schon zweimal gefickt. Ja, noch läuft. Okay, also Leute, erwartet jetzt nicht, dass ich hier viele Kills mache. Ich habe mich echt gegeiert. Das ist so frech, ne? Alter. Wer hat gegeiert? Keine Ahnung, wer so ein Typ war. Hier, ich habe jetzt den Blackbird. Oh, ich bin gestorben. Ficken. Oh mein Gott, war das knapp. How long to survive this shit, mate? Der kletterte echt hoch. Ich glaube es nicht. Boah. Boah, Alter. Was ist das für eine Szene, Mann, Digga? Das ist so krank. So Szenen ich hier spielen muss. Wie viele Gegner sind da noch dran? Ja, nicht mehr so viele. Ne, sind schon einige gequittet, Digga. Nein, ich challenge den nicht. Ich sehe das nicht ein, jetzt zu sterben von dem. Oh mein Gott. Ja, ich check nicht, wie krank die mich manchmal anhitten können. Monteschwitz. Nein! Du bist ein Gegner. Monteschwitz gerade so heftig. Nee, überhaupt nicht. Ich bin Fieberblust vor mich gerade. Ich habe hier den nächsten Blackbird. Sehr schön. Der hat Konto drin. Wenn wir jetzt auch mal jemanden hätten, der geilen würde, ne? Aber sowas gibt es ja leider nur im Gegner-Team-Paket. Vor allem, ich habe echt eine nice Waffe, die ich benutze, Mann. Guck bitte raus, guck bitte raus. Och, Mann, ey. Sterbe ich aber auch, Doli, Digga. Ich habe mir so rum, ich glaube es nicht. Ja, ich kriege auch nichts mehr ab, Digga. Du hast RAPES, Digga, alles. Nee, nicht alles, aber jetzt hatte ich mal gerade ein bisschen Glück. Nein, ich sterbe eins vor. Oh mein Gott, eins vor Gunship, Digga. Ernsthaft? Ja. Ja, alles, Digga. Ja, er macht eh keine Kills, das Drecksding. Weil er sowieso wieder gegeiert hat, direkt von den Uhren. Ja, ich weiß. Digga, als ob der da... Er sitzt da halt wirklich immer noch. Der Teammate war doch da gerade drin. Oh, Alter, er kennt echt mit Geist. Wer denn sitzt da immer noch? Wo denn? Nein, Digga, ich dreh gleich durch. Wo denn, Digga? In der Mitte steht einer, Digga. Die Waffe bockt echt übel. Das ist übel zu Geheimtipp, Leute. Ich war ja ein Geheimtipp im Spiel, was älter ist als die meisten von euch, ist natürlich... Aber ihr wisst mich ja nicht. Ich krieg keine Streaks mehr aufgebaut, so ein Mist, Alter. Aber die Waffe bockt übel, dieses Spektrum. Nein, 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 nein. Oh Gott, nein, nein, ich spawne da wirklich in deren Fickgesichtern, Alter. Also Leute, erwartet jetzt hier kein heftiges Gameplay. Nee, fehlt nicht mehr viel, dann hab ich nochmal Streaks. Monte versucht hier richtig zu raven. So. Nice. Ey, wie kann das keine Double-Nade sein? Ja, das war auch zu Recht, mein Kinn. was ich gekriegt der typ ist eklig man er habe ich so aufschlitten er fickt mich trotzdem erklärt mir das mal bitte er hat keine ich hatte ich habe sie aus versehen nicht ja also leute wie gesagt ist von die waffe die waffe war echt lustig bei mir also lasst gerne berlin da checkt montes kanal ab und haut rein bis zum nächsten mal und monte sagt tschüss wieder schauen und reingehauen